Berlin gehört jetzt uns. Keiner kommt an uns vorbei. Gar keiner. Das sind gute 90.000 Euro im Monat. Ey Leute, mein Mann hat das heftigste Auto. All in. Das ist meins. Das wird der Anfang. Du legst Feuer in der Stadt. Kein Wunder, dass man Feuer bei dir legt. Ich hab mir die Besucherakten angesehen. Warum war Tuni seit acht Monaten nicht mehr hier? Sie müssen meinen Bruder sofort aufs Tegel rausholen. Ich werde sie persönlich dafür verantwortlich machen, wenn meinem Bruder was passiert. Nun, Tuni ist alles wie ein Mann. Ihr Bruder bringt Menschen rum. Bist du so blind, Mann? Dein Bruder ist ein Verräter. Ich hab meinem Vater versprochen, dass ich für die Familie da bin. Und ich werde immer für die Familie da sein. Es tut mir leid. Ich hätte auf dich hören sollen. Ich verrate meine Familie nicht. Was passiert eigentlich, wenn wir Drogen bei ihnen finden? Ich befürchte, wir müssen das Jugendamt einschalten. Man müsste die Kinder in behördlicher Obhut bringen. Du schleichst dich aus der Wohnung. Steigst du den scheiß Bullen ins Auto? Herr Amara? Klamm mich ab! 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 Klamm mich ab!